Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier darum, die in älteren Videos entwickelte Pumpensteuerung auf der LogoSoft Comfort von Siemens zu simulieren. Wir sehen hier die Schaltung, die sie in älteren Videos entwickelt worden ist. Dazu die Wahrheitstabelle. Wir hatten dort drei Eingänge E1, E2, E3 sowie drei Ausgänge P1, P2 und L1. Und zwar entsprachen die drei Eingänge hier meldernd für einen Wasserstand. Es gab zwei Pumpen P1 und P2, die hier mit K1 und K2 bezeichnet sind, da die Pumpen über Schütze angesteuert werden, sowie eine Fehlermeldung hier mit L1 bezeichnet, die an dieser Stelle durch diese Lampe realisiert wird. Wenn Sie den Hintergrund dieser Schaltung nachvollziehen wollen, müssen Sie sich die älteren Videos ansehen. Allerdings ist es nicht erforderlich, das zu tun, um zu verstehen, wie man so eine fertige Schaltung auf der LogoSoft Comfort von Siemens simuliert. Wir sehen hier die Wahrheitstabelle mit den drei Eingängen und folgerichtig mit acht Zuständen, die hier eingenommen werden können in den drei Eingängen. Wir sehen hier, wie sich die Ausgänge in diesen Fällen verhalten sollen. In dem ersten Fall, wenn die Eingänge 0 sind, wird weder die Pumpe 1 laufen noch die Pumpe 2 und es wird auch keine Fehlermeldung geben. Deswegen stehen alle drei Größen auf 0. Für den Fall, dass E1 eine 0 meldet, E2 eine 0 und E3 eine 1 meldet, wird die Fehlermeldung angesteuert, denn dieser Zustand kann nicht wirklich auftreten in der darunterliegenden Anlage. Für die Pumpe 1 und für die Pumpe 2 wird ein X auftauchen. Das heißt, dass es völlig egal ist, ob die Pumpe angesteuert wird oder nicht, denn letztlich wird über diese Sperrfunktion und die Fehlermeldung dafür gesorgt, dass die Pumpen dann, wenn eine Fehlermeldung auftaucht, sowieso nicht anlaufen können. Da ist es also egal, was die Auswerteschaltung für die einzelne Pumpe liefert, denn es wird hier gesperrt. Daher kann man hier ein X einsetzen. Das hat dazu geführt, in der Herleitung dieser Schaltung, dass die Schaltung sich unter dem Einsatz von Don't Cares drastisch vereinfacht hat. Also tatsächlich, in diesem Fall, wenn hier ein X steht, ist es egal, ob die Auswerteschaltung eine 1 liefert oder eine 0. Das Spielchen geht jetzt so weiter. Das lässt sich im Einzelnen nachvollziehen, was unter einer bestimmten Eingangskombination geschehen soll. Genau das werde ich gleich auf der LogoSoft Comfort zeigen, wie man das Ganze durch simulieren kann. Hier noch eine kleine Grundüberlegung für das Anlegen der Schaltung unter der LogoSoft Comfort, obwohl ich in diesem Video nicht zeigen werde, wie das dann konkret aussieht, die Schaltung anzulegen, sondern ich werde tatsächlich das nur simulieren. Aber grundsätzlich wird natürlich die Schaltung unter der LogoSoft Comfort drei Eingänge aufweisen müssen. Diese drei. Sie wird drei Ausgänge aufweisen müssen. 1, 2, 3 Ausgänge. Es werden dort drei Inverter gebraucht, obwohl ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Inverter habe. Das ist aber deshalb reduzierbar, weil an dieser Stelle das gleiche Signal invertiert wird. Deshalb können diese beiden Inverter in der Software mit einem Inverter realisiert werden und das gleiche gilt an dieser Stelle. Da hier E2 invertiert wird, einmal da und dort, so dass man da also statt mit zwei Invertern wie in dieser Zeichnung mit einem Inverter auskommt. Man braucht dort ferner fünf Umverknüpfungen. 1, 2, 3, 4, 5 und zwei oder Verknüpfungen. In diesem Bild sehen wir nun die unter der LogoSoft bereits angelegte fertige Schaltung mit den drei Eingängen. 1, 2, 3. Drei Ausgänge. 1, 2, 3. Fünf Unverknüpfungen. 1, 2, 3, 4, 5 sowie drei Invertern. 1, 2, 3 Inverter. Wir sehen auch hier die Wahrheitstabelle, die von der Schaltung umgesetzt werden soll und die bereits gestartete Simulation. Die Simulation lässt sich an dieser Stelle starten oder über F3. Ich schalte sie nochmal ab und wieder ein. Wir sehen hier nun die drei Eingänge I1, I2, I3 stehen auf 0. Das wird durch blau gekennzeichnet. Entsprechend sind auch die Leitungen blau. Wir sehen hier die drei Ausgänge Q1, Q2, Q3 und sehen die in Form von Lampen realisiert, die jetzt nicht leuchten. Also ist der Zustand 0. Schauen wir uns die erste Kombination an. Alle drei Eingänge sind 0. Das soll dazu führen, dass beide Pumpen nicht angesteuert werden, sowie keine Fehlermeldung ausgegeben wird. Genau das ist hier der Fall. Alle drei Ausgänge sind blau gekennzeichnet und stehen damit auf 0. Der darauffolgende Zustand ist 0. 0. 0. 1. Das heißt I3 wird auf 1 gehen. Das bedeutet, dass die Fehlermeldung auf 1 steht. Genau das sehen wir hier. Und auch an der Stelle kann man das sehen. Die Fehlermeldung wird ansprechen. Was nun die Auswerteschaltung der einzelnen Pumpen angeht, so ist es völlig egal, was diese machen. Deswegen stehen mir diese X, die sogenannten Don't Cares. Denn über diese Sperrfunktion wird die Fehlermeldung auch dahingehend genutzt, dass bei einem Fehler sowieso keine Pumpe anlaufen kann. Das heißt in letzter Konsequenz natürlich, dass hier eine 0 stehen muss beim Ansteuern der Pumpen. Die Ansteuerungsschaltung hingegen, die eigentlich versucht, die Pumpe anzusteuern, versucht das in diesem Fall tatsächlich, in diesem Fall jedoch nicht. Hier wird aber die Sperre wirksam. In letzter Konsequenz muss ich natürlich dann immer hier eine 0 einsetzen gedanklich, wenn hier ein X steht. Denn die Pumpen sollen ja nicht wirklich anlaufen. Der nächste Zustand 0 1 0 0 1 0 0 1 0. Es ist wieder so, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird, die Pumpen aber nicht laufen. Das ist hier richtig realisiert. 0 1 1 0 1 1. Es soll wieder die Fehlermeldung ausgegeben werden. Das sehen wir hier, beide Pumpen, die hier mit X gekennzeichnet sind, werden aber nicht angesteuert. Beide sind blau. Entsprechend kann ich das auch hier ablesen. 1 0 0 1 0 0. Die Pumpe 1 soll laufen. Man sieht das hier, das ist rot gekennzeichnet. Die Pumpe 2 läuft nicht und es gibt auch keine Fehlermeldung. 1 0 1 1 0 1. Beide Pumpen dürfen nicht laufen. Wir sehen auch in diesem Fall wieder, dass die Auswerteschaltung hier versucht die Pumpe anzusteuern und nur die Sperrfunktion das letztlich verhindert und es gibt wieder eine Fehlermeldung. 1 1 0 1 1 0. Die Pumpe 2 läuft. Es gibt keine Fehlermeldung. Keine Fehlermeldung. Pumpe 2 läuft und Pumpe 1 läuft nicht. Und schließlich der letzte Zustand. Alle drei Eingänge sind 1. Beide Pumpen laufen. Es gibt keine Fehlermeldung. Auf diese Weise kann man nun also so eine Schaltung unter der Logosoft Comfort sehr gut simulieren und letztlich, wenn man die Simulation erfolgreich durchgeführt hat, kann man mit Hilfe dieser Software das entsprechende Programm auf die eigentliche Logo übertragen, das dann in der Realität tatsächlich diese Pumpensteuerung realisiert. Ich hoffe, Sie konnten das Ganze nachvollziehen, haben ein bisschen was dabei gelernt. Ich würde mich natürlich über ein Like sehr freuen und noch mehr natürlich über ein Abo und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.